ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem youtube channel der ams firmengruppe zu unser video dass wir am 26 11 2023 hochladen eine woche vor dem ersten advent 2023 und ich freue mich schon auf die adventszeit ich weiß nicht wie es dir geht auch wenn wir dann immer noch viel arbeit haben das etwas hektisch wird zum beispiel wegen der betriebskosten abrechnungen für die mieter aber in meinem büro steht dann ein schöner weihnachtsbaum und dann komme ich schon in weihnachtliche stimmung neulich im gespräch fragte ich meinen 17 jährigen sohn welche themen oder welches thema ich aus seiner sicht einmal in einem der kommenden videos aufgreifen sollte und er stellte wir daraufhin die gegenfrage was denn unsere zuschauer und investoren aktuell vor allem interessiert meine antwort darauf war vor allem interessiert unsere zuschauer wie alle immobilien investoren in deutschland und solche dies werden wollen die frage wie es mit den immobilienpreisen und zinsen weitergeht ja sagte er dann dann spricht doch genau darüber im video ich musste dann doch etwas grinsen und habe erklärt dass ich keine glaskugel habe und niemand exakte vorhersagen treffen kann aber natürlich können wir wieder ein kurzes marktupdate zu aktuellen entwicklungen und unseren eindrücken machen dazu werde ich auch einige zahlen aus veröffentlichungen zitieren was wir gerade dieser woche festgestellt haben oder wieder festgestellt haben ist dass der markt für vermietete bestandsobjekte eigentumswohnungen aber auch mehrfamilienhäuser keineswegs tot ist sondern auf dem aktuellen preisniveau durchaus transaktionen stattfinden wir haben gerade vor ein paar tagen ein nettes kleines mehrfamilienhaus für einen langjährigen kunden von uns gefunden und wollten in die preisverhandlung gehen mit der inneren überzeugung dass für das objekt aktuell wohl keine große nachfrage herrschen würde es handelte sich um eine randlage in einer kleineren stadt allerdings im einzuggebiet von ein beziehungsweise zwei großstädten also dazwischen aber der makler teilte uns jetzt mit dass er das objekt schon verkauft hat ganz knapp unterm exposé preis von dem wir in unserer kalkulation gute 25 prozent entfernt waren gleiches haben wir noch bei einem anderen objekt festgestellt über das wir schon seit einem jahr immer mal wieder verhandeln aber dafür ist wohl jetzt auch ein käufer gefunden und das passt auch zum zinshaus markt bericht des maklerhauses michael schick aus berlin die haben nämlich für berlin den größten markt für zinshäuser in deutschland festgestellt dass das transaktionsvolumen im zweiten quartal 2023 im vergleich zum ersten quartal um circa 47 prozent gestiegen ist und auch die anzahl der kauf fälle stieg in berlin um 17 prozent michael schick ehemaliger präsident und jetziger ehrenpräsident des immobilienverbandes ivd interpretiert die lage so dass nach dem preisrückgang von circa 20 prozent in gesamtdeutschland von 2022 auf 2023 nur die bodenbildung erreicht ist und er erwartet keine preis stürze mehr wobei diese preisrückgänge je nach standort unterschiedlich ausgefallen sind die profis so seine aussage nutzen die gunst der stunde und kaufen im umland der großen metropolregionen aber nicht nur die profis sondern auch eigenkapital starke privatinvestoren kaufen nach seiner beobachtung ein auf den ersten blick etwas anderes bild zeichnet der german real estate index kurz greix genannt der vom kieler institut für weltwirtschaft ermittelt wird der greix beruht auf daten der lokalen gutachterausschüsse von 18 großstädten darunter der 7a städte und die bilden die tatsächlichen kaufpreise abgeschlossener notarverträge ab also keine angebotspreise sondern marktpreise du kannst hier übrigens die daten zu allen 18 städten unter www.greix.de abrufen nach diesem index sind die wohnimmobilienpreise im dritten quartal 2023 weiter gesunken wenngleich lokal sehr unterschiedlich bei mehrfamilienhäusern sanken die preise gegenüber dem zweiten quartal 23 durchschnittlich um 6,6 prozent gegenüber dem vorjahresquartal sogar um 24 prozent das ist ein ordentlicher rückgang steht allerdings nur scheinbar im gegensatz zur einschätzung die das maklerhausschick mit der belebung des marktes hat die berliner makler sprechen ja ebenfalls von einem preisrückgang von circa 20 prozent bei mehrfamilienhäusern haben aber wie eben geschildert aktuell wieder ein höheres transaktionsvolumen festgestellt und sprechen von einer bodenbildung der greix index bestätigt die starken rückgänge sagt aber wenig über die zukünftige entwicklung aus gerade weil die preise schon recht starke fallen sind könnte es eine bodenbildung sein die aber durchaus auch noch einige monate andauern könnte viel hängt von der zinsentwicklung der nächsten monate ab darüber hatten wir in unserem video vom fünften elf 2023 schon gesprochen bei eigentumswohnungen ist die entwicklung gemäß german real estate index je nach standort unterschiedlich in düsseldorf sanken die preise um 6,6 prozent gegenüber dem zweiten quartal 23 am stärksten unter all den a standorten während sie in köln mit plus 1,1 prozent leicht gestiegen sind und auch berlin stabile preise hat bei den kleineren städten verzeichnet zum beispiel erfurt mit 9,1 prozent den stärksten preisrückgang während die preise in wiesbaden nahezu stabil geblieben sind im vergleich zum vorjahresquartal stehen die preise von eigentumswohnungen insgesamt um durchschnittlich 10,5 prozent tiefer sind also wesentlich weniger stark gefallen als die der mehrfamilienhäuser an den regional unterschiedlichen entwicklungen sieht man sehr schön dass generelle aussagen und headlines zu durchschnittlichen entwicklungen in deutschland mit vorsicht zu genießen sind weil es nicht den immobilienmarkt gibt und du wirklich standortbezogen schauen musst bezüglich der stabilen entwicklung von berlin und köln könnten wir uns jetzt auf die schultern klopfen weil wir als ams firmengruppe an beiden standorten aktiv sind bzw waren und dort mandanten von uns wohnungen haben ich sage bewusst könnten weil zum beispiel in düsseldorf die rückgänge noch etwas höher waren allerdings auch von einem höheren niveau auskommend trotzdem bin ich von unseren objekten in düsseldorf überzeugt die nachfrage von mietinteressenten ist gut wenn mal eine wohnung frei ist auch an anderen standorten wird es trotz der rückgänge gute deals für käufer geben wichtig ist nicht nur die stadt sondern auch die lage innerhalb der stadt den preis und den energiewert bzw das energetische konzept für die nächsten jahre anzuschauen um ein angebot zu prüfen die aussage solcher durchschnittswerte ist also begrenzt und dennoch können sie einen allgemeinen trend widerspiegeln bevor wir noch über die aktuellen zinsentwicklungen und aussichten sprechen noch kurz die einschätzung des immobilienverbandes deutschland iva d deren präsident dirk wohlthoff hat den wohnpreisspiegel 2023 des iva d präsentiert der natürlich noch nicht die kompletten daten für 23 enthält aber immerhin etwas über das erste halbjahr 23 hinausreicht kurz gesagt kommt der verband zur einschätzung dass die tatsächliche entwicklung am markt positiver ist als die derzeitige stimmung und geht davon aus dass die größenpreiskorrekturen fast durch sind und dass sich die immobilienpreise in den nächsten zwölf monaten bis herbst 2024 in einer seitwärtsbewegung von plus fünf prozent bis minus fünf prozent bewegen werden noch kurz zu aktuellen zinsentwicklungen wobei die mittelfristigen entwicklungen sicherlich wichtiger sind aber die kurzfristigen tendenzen sind natürlich für alle spannend die gerade finanzieren möchten am 21 11 war in der ntv app zu lesen dass die bauzinsen gerade wieder etwas gesunken sind um 0,3 prozent als begründung wird im artikel aufgeführt dass der wichtigste indikator für die bauzinsen die zehnjährigen bundesanleihen aufgrund der aktuellen inflationsdaten in den usa gefallen sind ich muss ehrlich sagen dass wir das in der täglichen praxis noch nicht wirklich gemerkt haben aber es ist ja nichts neues dass die banken bei zinssenkungen etwas zögerlicher reagieren als bei zinssteigerungen die werden ja sofort auf die konditionen umgelegt wir haben aber das zum anlass genommen bei den aktuellen finanzierungsanfragen aktiv nach konditionsverbesserungen zu fragen ich hoffe dir haben die zusammengetragenen zahlen und meinungen geholfen dir selbst eine meinung zu bilden bzw deine eigene einschätzung zu überprüfen und dich daran zu bestärken oder diese zu hinterfragen wenn du weitere zahlenbasierte entwicklungen und einschätzungen von immobilienverbänden etc zu immobilienpreisen kennst dann schreib sie gern hier unten in die kommentare bzw stell gern den link rein das hilft zumindest etwas sich ein eigenes bild zu machen auch für alle die dort reinschauen ich sage das bewusst vorsichtig weil market timing bei immobilieninvestitionen nicht wirklich funktioniert dass die preise aufgrund der zinsen in vielen bereichen 2020 bis 2022 zu hoch waren das wussten viele aber wann sich das umkehren würde und wie stark das war nicht exakt vorherzusehen insofern habe ich zum beispiel zwar privat objekte von mir verkauft aber auch nicht immer am absoluten top und genauso ist es jetzt die preise sind zurückgegangen ob das wirklich die bodenbildung ist oder es noch fünf prozent weiter runter geht das weiß keiner meiner meinung nach ist es im moment kein schlechter zeitpunkt zum einstieg wenn das einzelne investment passt nach genauer prüfung in unsere beratungsgesprächen kommen aktuell tatsächlich immer wieder sehr objekt bezogene fragen und weniger fragen zur generellen marktentwicklung es wird intensiv nachgefragt welche wirtschaftliche perspektive bei dem einzelnen objekt vorhanden ist warum sich genau das objekt oder die wohnung in den nächsten zehn jahren positiv entwickeln wird dabei geht es dann ganz stark um den einstiegspreis im vergleich zum marktpreis und um die mietentwicklung etc und es wird nach dem energetischen standard gefragt und dem konzept für die nächsten jahre wenn du interesse hast immobilien zu kaufen bei denen genau solche aspekte eine rolle spielen und dazu noch eine umfangreiche betreuung und verwaltung deiner objekte und mieter nach kauf wünscht dann melde dich gern bei uns entweder per mail oder über unser kontaktformular und wir tauschen uns dann in einem ersten kostenlosen gespräch aus wie deine vorstellungen sind und ob wir dir bei der umsetzung helfen können lass uns auch gern ein like für dieses video da das würde uns sehr freuen und uns motivieren weitere videos für dich zu produzieren und damit du die nicht verpasst lade ich dich noch ein diesen kanal zu abonnieren und die glocke zu aktivieren damit steigt die chance dass dir unsere beiträge zukünftig automatisch angeboten werden schau dich auch gerne auf unserem kanal um wir haben zu allen themen rund um immobilien und finanzierungen in den letzten jahren videos veröffentlicht und zwei davon verlinken wir im abspann als erstes unser vergleich immobilienkauf 2021 versus 2023 mit der frage lohnt sich ein kauf 2023 indem wir auch eine konkrete berechnung mit illustration zeigen und als zweites das video prüfe den verkäufer einer immobilie sonst drohen hohe kosten und ärger daran geht es um den kauf von erbengemeinschaften von objekten mit höheren grundschulden als der kaufpreis und so weiter ich bedanke mich bei dir fürs zuschauen und zuhören wünsche dir alles gute vor allem gesundheit und wir sehen uns im nächsten video dein heiko kleischewski